Prima, dass Sie alle da sind. Und wenn Gospel gesungen wird, dann heißt das, man möchte den Arbeitsalltag vergessen. Man möchte gegen den Arbeitsalltag, gegen die Stereotypie und die Eintönigkeit etwas setzen, was Bewegung ist und was warm macht, wenn es auch jetzt ein bisschen kühl ist. Wir werden innerlich warm durch die Musik. Und so wollen wir alle einladen, mit einem ersten Lied das Swingen wiederzulernen. Swing low, sweet chariot. Swing low, sweet chariot. Swing low, sweet chariot. Swing low, sweet chariot. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020